Bei Marco Hook in dieser zweiten Runde, trotzdem natürlich klare Führung und Richards ist gefordert, was zu tun. Hat ja angekündigt, Deutschland schocken zu wollen und seinen Gegner K.O. zu schlagen. The Swamp Donkey, der Sumpfesel mit Spitznamen genannt, dazu vielleicht später mehr. Hook hat gesagt, wer schon Esel heißt, der sieht auch so aus und das erst recht nach dem Kampf. Das sind so die einfachen Wahrheiten, die vor dem Gefecht ausgetauscht wurden. So ungenau von Richards, der, wenn er angreift, auch den Kopf immer runternimmt. Eigentlich eine gute Gelegenheit für Hook da vielleicht mal mit einem Uppercut, mit einem Aufwärtshaken dazwischen zu schlagen. Ich glaube, das war ein bisschen niedergerungen auch, aber er wird angezählt von Ringrichter Magnessen. Blutspuren bei Richards, der sieht sauer und gereizt aus, am Kopf hat er irgendwie eine Wunde. Scheint aber nicht so sehr beeindruckt zu sein, kommt jetzt hier wieder. Gute Linke von Hook, mit der Führhand, den Vorwärtsdrang des Amerikaners zunächst mal gestoppt. Das muss noch öfter kommen. Das war eine ganze Zeit lang seine große Schwäche. Die linke Führhand, die hat er kaum eingesetzt, eigentlich nur, um sich den Gegner zurechtzustellen und zurechtzuschieben und dann mit der rechten richtig rüber zu dreschen. Das ist besser geworden. Sonst wäre er auch nicht Weltmeister. Schöne Serie jetzt von Hook. Und er nimmt viel, aber er ist angeschlagen. Achtung, könnte schon zu Ende gehen. Richards fightet. Richards kippt. Und dann liegt er am Boden mit dem Ringrichter und ich glaube, das ist es gewesen. Er zählt gar nicht mehr, er bedeutet ihn direkt. Es ist vorbei. Das war eine Nummer zu groß. Dieser Marco Hook für Adam Richards. Ein Stuhl aufgebaut mitten im Ring, damit er sich erholen kann. Das ist der Vater, der mit dabei ist. Vater Melvin und Großvater Clyde, die hier erleben müssen, dass dieser Mann ihren Sohn schwer bestraft. Wie gesagt, wenn du Bayern München bist, spielst du auch nicht jede Woche gegen FC Barcelona. Da ist dann auch schon mal die Hertha dabei. Kämpfen sicherlich auch das Recht, sich mal einen leichteren Gegner auszusuchen. Immerhin Nummer 11 der Weltrangliste und hier gepflegt von seiner Entourage. Runny Shields ist dabei und wie ist es zu diesem Cut gekommen, das versuchen wir zu klären. Durch das Tape da hinten. Aufgehängt. Meine Damen und Herren, hier das offizielle Urteil. Der Kampf endet in Runde 3 nach 2 Minuten und 30 Sekunden. Sieger durch K.O. Und weiterhin Cruiserweight Champion of the World. Weltmeister nach Version der WBO. Marco Captain Hook.